Hallo und herzlich willkommen auf dem YouTube-Meander von Leben, Liebe und Tod. Auf dieser Seite erzähle ich euch kleine Geschichten, die mir zufällig widerfahren sind. Die meisten spielen in Berlin, wo ich herkomme und wo ich lebe. Der Meander ist das Leitbild der Seite. Ob winziges Rennsal oder mächtiger Strom, Wasser fließt an typischen Schwüngen und Bogen. Und umso langsamer es fließt, desto stärker schwingt es und bildet auf seinem Weg in die Tiefe, dem Himmel, das Meer, die schönsten Formen aus. Das wünsche ich uns auch, vom geraden Weg abbiegen dürfen, schleifen ziehen, in Schwingen kommen, dem Zufall eine Chance geben, uns zuzufallen. Und nicht immer so besessen sein vom nächsten persönlichen Ziel. Das macht uns nur blind und taub für das vielleicht Allerwichtigste, unsere lebendige Gegenwart. Wenn euch eine meiner Geschichten in eine eurer Geschichten erinnert, freue ich mich, wenn ihr sie in der Kommentarspalte postet. Oder vielleicht ein kleines Gedicht. Oder ein Satz, der euch berührt. Es muss nichts Perfektes sein. Perfektion tötet. Wer kann schon mit Bestimmtheit sagen, wo die Geschichte des einen aufhört und die des anderen beginnt? Wir sind alle mit allen verwoben. Und alles fließt.